Midjourney ist gerade weird geworden. Ja, es gibt eine neue Option namens weird in den Befehlen, die man einfach bei Midjourney einbauen kann. Und ich dachte mir, ich zeige euch das mal. Denn Midjourney ist ja so ein bisschen der kommerzielle Platzhirsch auf dem ganzen Bildgenerierungsmarkt. Hat ein bisschen Dolly auch verdrängt. Und Stable Diffusion klaut sich manchmal was bei Midjourney und andersrum natürlich genauso. Und naja, beide machen so ein Wechselspiel. Ich finde es immer ganz interessant, welche Technologien wir gerade so als Neues bekommen. Und ich will euch da so meinen Workflow auch zeigen, wie ich damit arbeite. Also tatsächlich auch Bilder baue, auch mit weird, die mir was bringen. Und die mich irgendwo inspirieren können zu anderen Dingen, die ich dann halt machen kann. So, jetzt muss ich dazu aber erstmal sagen, ich finde es weird, dass sie die Option weird genannt haben. Denn ich habe erstmal, also das ist ohne weird, das ist einfach nur ein ganz normales Bild mit dem Prompt Happy Summer Day. Ja, und mir ist aufgefallen, ich muss was nehmen, wo keine Personen dabei sind. Denn wenn man weird auf ein Bild mit einer Person anwendet, dann kriegt man ohne weird meistens eine, ähm, ja, eine kaukasische Person raus. Und mit weird kriegt man manchmal asiatische Menschen, manchmal eben andere, ne? Ihr versteht, was ich meine. Und ich fand das ein bisschen falsch, deswegen habe ich mich jetzt dafür entschieden, ähm, dass ich hier das Ganze mit Happy Summer Day zeige. Und Happy Summer Day hat mir richtig Happy Vibes gegeben, vor allem gegen Ende. Ich habe ein paar Sachen ausprobiert. Okay, es wird lustig heute. Also, ähm, das ist Happy Summer Day, wenn ich wirklich nichts anderes eingebe. Natürlich kann ich hier sehr viel konkreter werden, was auf meinen Bildern zu sehen sein soll. Also, soll bitte eine Person zu sehen sein, sollen hier zwei Bälle liegen am Strand. Das ist eigentlich immer die bessere Idee, wenn wir das machen. Aber ich wollte sehen, was mit weird bei rumkommt, wenn ich das hier jetzt mal durch weird laufen lasse. Ähm, weird ist ein Wert, den ich einfach von 0 bis 3000 benutzen kann. Und einfach hinten dran denken kann, wie eben Style Raw, Version 5.2, Aspect Euro 16.9 und so weiter und so fort, ja. Ja, und, ähm, das hier kommt dabei raus, wenn ich weird auf 250 setze. Ähm, also das hier ist natürlich mit Schrift, das ist seltsam. Das hier ist aber schon sehr seltsam, auch vom Stil her komplett anders. Hier haben wir einen unfassbar krassen, äh, Effekt von wegen, wir zoomen oder wir, wir haben Fokus extrem auf diesem Eisbecher. Aber irgendwie ist auf diesem Eisbecher ein, äh, ein Marienkäfer oder so. Hier unten regnet's einfach, also wir haben Regenschirme und scheinbar ist irgendwas mit Happy und Summer. Wenn wir das weird machen, dann regnet's, weil hier regnet's auch, ja. Also es ist nicht mehr so Happy und Summer, aber ihr versteht, was ich meine. Es geht ein bisschen in eine etwas crappy Richtung, ja, ein bisschen mehr Trash, wenn man so möchte. Also wenn ihr Trash-Bilder erstellen wollt, ist weird perfekt für euch. So, wenn wir dann mal auf Richtung 500 gehen, dann sehen wir, okay, es kommt immer mehr Schrift rein. Aber der Stil hier unten bei diesem Bild ist zum Beispiel was, was ich bei Midjourney einfach nie hinbekomme. Auch der hier oben ist super schwer, diese Stile zu erreichen, weil sie einfach echt weird sind. Und weil man, ich wüsste nicht, wie ich das beschreiben kann. Komme ich aber nachher noch dazu. So, jetzt habe ich das Ganze mal ein bisschen, ähm, nochmal mit 500 nochmal bauen lassen. Und, weil mir zu viel Schrift drin war. Und habe hier ein Bild rausbekommen, was ich ehrlich gesagt echt schön finde. Auch vom Stil her finde ich dieses Bild her sehr faszinierend. Wie wir damit umgehen, um das rauszufinden, dazu komme ich dann nachher noch, okay. Und zwar, ähm, wir haben hier eigentlich so eine, ja, so eine relativ spezielle Art von Stil. Auch hier unten haben wir einen relativ speziellen Stil, den man so fast nicht bekommt. Zwei von diesen beiden Bildern, da steht sogar Sorry dabei. Zwei davon kann ich einfach wegwerfen, weil da einfach Schrift drauf ist. Also zumindest für mich. Oder sie irgendwie gar nicht so wirklich definieren für mich. Wenn wir jetzt allerdings mal richtig hoch gehen. Ich habe ja gesagt, man kann bis 3000 gehen. Lasst uns mal auf 1000 gehen. Dann kommen wir hierbei raus. Und das ist schon wirklich sehr, sehr weird. Ich weiß nicht, wo die Schrift immer herkommt. Aber das Bild hier oben ist natürlich vom Stil her auch wieder sehr, sehr komisch. Also der Stil ist einfach ein bisschen komisch. Aber, ähm, wir haben hier auch, glaube ich, ein Zelt mitten auf dem Fluss gebaut. Was irgendwie von mir aus künstlerisch relevant sein kann. Was ich aber nicht verstehe. Aber trotzdem ist es eine interessante Kombination. Wenn wir auf 3000 gehen, dann sehen wir hier, dass ich hierbei rauskomme. Und ja, das ist natürlich auch weird, I guess. Aber eben ähnlich wie bei dem 500er Bild. Also so viel Unterschied hat es dann tatsächlich nicht mehr gemacht. So, jetzt habe ich tatsächlich mal eins dieser Bilder hier bauen lassen. Ihr erinnert euch noch an dieses, ähm, weird Bild von 250. Und, ähm, hier sehen wir auch direkt die Marienkäfer sind auf dem Bild drauf. Hier oben ist noch einer oder was auch immer das für ein Käfer sein soll. Ich weiß es nicht mal genau, ja. Aber auf jeden Fall können wir dieses Bild variieren. Also dieses very strong können wir dann aufrufen. Und dann bekommen wir doppelt weird. Tatsächlich, zumindest in der Theorie bekommen wir doppelt weird. Ähm, es wird nämlich einfach dieser Befehl hier auf diesem Bild nochmal sozusagen ausgeführt. Inklusive diesem weird. Das heißt, wir haben dann eigentlich weird 250 auf einem weird 250 Bild. Das kann man durchaus mal probieren. Ich fand jetzt hier die Ergebnisse, ähm, naja, nicht so krass. Hier sind die Viecher verschwunden. Hier ist irgendwie das Viech mit einer Erdbeere gemerged. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist, aber ja. Okay, ähm, und hier nochmal die 3000er Kreationen, die ich einfach nochmal mit 3000 weird erstellt habe, um es euch nochmal zu zeigen, was passiert, wenn wir richtig, richtig ins Weirde gehen. Ähm, da ist der Stil einfach sehr, sehr off. Ähm, also sieht einfach seltsam aus. Erinnert mich so ein bisschen an die Zeiten von DALL-E, wo, wo das so, ne, Anfänge von Bildgenerierung, als man noch so crappy Bilder hatte. Nur, dass diese Bilder hier zwar crappy aussehen, aber nicht falsch aussehen. Sie sehen zwar crappy aus, aber irgendwie nicht dieses, wir haben deformierte Gesichter, wir haben deformierte Hände, wir haben das deformiert, sondern man kann immer noch gut erkennen, was es ist, aber der Stil ist halt einfach seltsam. Und das ist eigentlich die coole Variante davon. Also man kriegt seltsame Bilder, die aber nicht kaputt seltsam aussehen, sondern einfach nur seltsam. So, ähm, und jetzt habe ich mir mal gedacht, okay, wir machen das nochmal mit 1000, aber mit Stylize 1000. Und, ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die Information zu Stylize erinnert. Bei Stylize kriege ich verschiedene Stile, die sehr, sehr stark eben geprägt wurden. Ich kriege verschiedene Stile hier immer, das ist das Besondere hierbei. Und wir sehen hier, bei Stylize 1000 kriege ich hier zum Beispiel ein, naja, ich weiß nicht, ob ich das nicht fotorealistisch nennen würde, aber es sieht auf jeden Fall sehr echt aus. Hier kriege ich ein Ölgemälde so ein bisschen, und hier kriege ich jetzt natürlich ein, ähm, es ist auch ein bisschen Ölgemälde, ne, so ein bisschen Anime-Ölgemälde, wenn man möchte. Ähm, fand ich eigentlich sehr, sehr coole Bilder, also alle davon, aber ist, wie gesagt, auch ohne Weird-Faktor. Das kann ich jetzt allerdings kombinieren mit Weird. Und hier kriege ich jetzt tatsächlich weirde Stile, aber trotzdem sehr schöne Bilder. Und das ist eher so die Anwendung, die ich hierbei sehe. Wenn wir Stylize eingehen, können wir eben einen ganz speziellen Stil erreichen, und diesen Stil dann ins Weirde zu ziehen, das liefert mir das hier. Und das finde ich, ehrlich gesagt, ein sehr schön, oder eigentlich sogar vier sehr schöne Bilder, die noch meinem Prompt entsprechen. Also daran ist irgendwie nichts wirklich weird. Es ist nur ungewöhnlich, ja. Es ist ungewöhnlich, weil der Stil eben nicht der Standardstil ist. Und das finde ich sehr, sehr geil. Also mit dem hier kann ich wunderbar arbeiten. Ähm, und das sind halt, ja, Zeichenstile, aber halt andere Zeichenstile, also nichts, was so traditionell ist. So, jetzt ein kleiner Tipp, den ich online erfahren habe. Und zwar, ähm, Stylize lässt sich natürlich auch runtersetzen auf einen Wert unter 100. 100 ist der Stylize-Wert, der normal ist. Also das ist der Standard-Stylize-Wert in Midjourney. 100 Stylize. So, jetzt habe ich gerade eben Stylize 1000 gesagt, und ich kann auch in die andere Richtung gehen. Das heißt, ich kann meinen Stil weniger prägnant machen, und da kommen auch ganz coole Sachen bei raus. Also hier in dem Fall habe ich jetzt Stylize auf 50 gesetzt und Weird auf 500. Weird ist standardmäßig gar nicht aktiv. So, ähm, das heißt, der Stil ist hier nicht mehr ganz so, ähm, ganz so, nicht normal, aber ganz so, ähm, stark durchgedrückt, sondern wir überlassen den Stil sozusagen mehr diesem Weird-Faktor. Und dann kommt sowas bei raus, irgendwie so, äh, schmelzende Häuser, was nicht mehr wirklich mit meinem Prompt zusammenhängt, und dann kommen wir das hier bei raus, was irgendwie auch überhaupt nicht damit zusammenhängt. Aber die beiden finde ich eigentlich ganz cool, weil das ist irgendwie so ein Lebkuchenhaus im weirden Stil, das irgendwie auch so zu dem Thema passt. Und das hier ist ein Picknick am Strand, aber in einem sehr, sehr minimalistischen Stil, der eigentlich auch ganz cool ist. So, jetzt habe ich aber tatsächlich noch was anderes ausprobiert, und jetzt ist es hier richtig weird. Ähm, ich habe ein Lovecraft-Monster an einem Happy Summer Day gemacht, was dann an sich schon weird ist, habe dann aber dazu gesagt, mach mal bitte Weird 500. Und, ähm, ja, während jetzt hier oben einfach ein Lovecraft-Monster gespawnt ist, an einem schönen Sommertag, und hier unten ein anderes Lovecraft-Monster mitten im Regen gespawnt ist, haben wir hier einen Hund-Lovecraft, und hier haben wir einen, ähm, einen stilistischen Lovecraft. Was ich ziemlich cool finde, ähm, die beiden sind nämlich, also auf jeden Fall workable. Ich habe es jetzt nochmal ein bisschen übertrieben, und möchte euch daran mal meinen Workflow zeigen. Also das hier ist jetzt wirklich mit Weird 3000. Ein Lovecraft-Monster an einem Happy Summer Day. Ähm, ja, Happy Summer Day mit einem Lovecraft-Monster, ist irgendwie so 3000 Weird von sich aus schon, aber jetzt haben wir hier schon direkt 3000 Weird noch mit reingepackt, und dann kommt sowas hierbei raus. Was ich ziemlich cool finde, vom Stil cool, von der Atmosphäre irgendwie interessant, weil hier hinten dran sind irgendwie Kirschblütenbäume, und dann haben wir hier dieses Lovecraft-Monster im Vordergrund, aber es ist halt abgeschnitten. So, was mache ich mit dem? Naja, ich rendere mir erstmal das Bild hier, und dann sage ich bitte, zoom mal raus. Zoom raus, und dann komme ich auf diese Bilder hier. Das ist quasi ein Lovecraft-Schädel, aber eingebaut in einen Kirschblütenbaum. Es ist super, super geil. Also ich mochte das Bild wirklich. Also ich finde das wirklich cool. Werde ich auch nachher vielleicht auf Instagram posten. Mal gucken. Könnt ihr mir gerne mal folgen. So, und was ich jetzt hiermit mache, ist, ich möchte das möglichst ohne diesen Weird-Faktor haben. Weil der Weird-Faktor ist für mich ein bisschen unberechenbar. Ich bekomme komplett weirde Gebilde, und die möchte ich eigentlich deterministisch, also nicht ganz deterministisch, aber möglichst zumindest zuverlässig erhalten. Ich möchte wissen, was genau ich eingeben muss, um dieses Bild zu erhalten. Und dazu habe ich natürlich erstmal das Bild hier rausrechnen lassen. Das hier unten habe ich genommen, was sehr, sehr cool aussieht. Und dann habe ich einen anderen Befehl angewendet, nämlich Describe. Describe funktioniert an sich unabhängig von diesem, wobei doch, ich glaube, es benutzt das Mid-Journey-Language-Model. Aber es ist doch, wobei Describe benutzt, glaube ich, nicht das Mid-Journey-Language-Model, was ich sehr, sehr interessant finde. Und hier sehen wir, wie das Bild eigentlich beschrieben würde. Eine Alien-Kreatur, die umgeben ist von Busch und Blumen, in einem Stil von Butcher Billy. Das ist tatsächlich ein Artist, den wir uns angucken können. Und das hatte ich nicht mal auf dem Schirm. Also ich meine, so kriegt man Inspiration, wer eigentlich so der Künstler dafür sein könnte. 32K UHD, Detail, Texture. Und dann nochmal hier Katsuhiro Otomo, was wahrscheinlich auch ein Künstler ist. Oder was nicht wahrscheinlich ein Künstler ist, aber ist halt auch ein Künstler, ne? Der, beziehungsweise, der hier einige Manga gezeichnet hat. Und ja, also hier sehen wir quasi die Inspiration, die wir in diesem Bild wiederfinden. So, dann haben wir hier einmal Environmental Portraiture, Green and Aquamarine und Wetcore. Musste ich ein bisschen lachen, deswegen habe ich euch das so detailliert vorgeschrieben. Hier gibt es noch Dino Core, ja? Das ist so der Stil davon. Und genau, diese Beschreibungen von diesem Bild kommen aus Midjourney. Das heißt, damit kann Midjourney auch arbeiten. So, und was wir jetzt hier mal gemacht haben ist, ich habe mal versucht, diese Bilder, also hier unten kann ich einfach auf Imagine All gehen, dann werden aus diesem Prompt neue Bilder gebaut. Sprich, ich lasse mir erst ein Bild beschreiben und dann lasse ich es mir ohne Weird einfach nochmal neu bauen, ja? Und dann ist der Weird-Faktor sozusagen rausgerechnet. Ich habe das zu einem vernünftigen Stil gemacht. So, und dann bekomme ich das hier raus. Und ich muss sagen, damit werden die Bilder sehr, sehr gut. Jetzt sind die leider nicht hier in Version 5.2 gemacht, also zeige ich euch das gleich, wie es in Version 5.2 aussieht. Aber das ist das mittlere Prompt gewesen. Klar, das ist keine Lovecraft-Kreatur mehr und das ist auch nicht direkt verwoben, aber es sieht ziemlich cool aus. Das hier oben gefällt mir ganz besonders gut. Das hier ist dann das zweite, also die zweite Description hierbei, sieht dann so aus, was auch ein sehr, sehr interessanter Stil ist und kein Weird mehr verwendet. Das ist ja das Wichtige. Ohne Weird bekommen wir jetzt relativ deterministische Bilder. Sprich, ich kann dieses Prompt jetzt hier weiterverwenden und damit weiterarbeiten. Und das ist sehr, sehr interessant für mich. Und vor allem das hier finde ich sehr, sehr cool. Also das, die haben mir eigentlich am besten gefallen, so ein bisschen. Das hier unten vor allem, das finde ich sehr, sehr schön. Nicht schön, aber ich finde es sehr interessant. Es geht ja nicht darum, dass wir irgendwas Schönes bauen immer, sondern dass wir uns auch inspirieren lassen, dass wir dann vielleicht uns überlegen, okay, in welcher Richtung könnte das sein. So, und ja, dann habe ich mir einmal hier das hier nochmal ausgeben lassen und die fand ich auch sehr beeindruckend. Ich zeige euch jetzt noch eben, das habe ich leider vergessen, mache ich sofort, wie das mit Version 5.2 aussieht. So, und das ist das Bild, das ich in Version 5.2 bekomme. Und ich muss sagen, die sind richtig, richtig geil. Also persönlich gefallen die mir wirklich am besten. Das ist halt einfach der, also wir nehmen ein Bild, machen das weird. Wenn wir ein cooles Bild haben, dann lassen wir es uns beschreiben und dann bekommen wir sowas hierbei raus. Und das ist schon sehr, sehr cool, weil so muss ich mich jetzt nicht darauf verlassen, dass weird mir wieder dasselbe produziert, weil es halt einfach eine riesige Varianz hat. Aber das hier ist eine sehr coole Inspiration. Ich möchte euch aber noch was zeigen, mit dem ihr hier auch nochmal mehr machen könnt. Und zwar, ich habe das Prompt hier auch jetzt mal in Shorten reingepackt. Shorten ist benutzbar durch das Mid Journey Language Model. Das heißt, was wir dadurch lernen ist, welche Begriffe oder mit welchen Begriffen kann eigentlich das Mid Journey Language Model wirklich umgehen. So, und hier sehen wir zum Beispiel Important Tokens für das Mid Journey Language Model sind Alien, Pink, Standing, Flowers, Green, Sujan und dann Detailed Nature Depictions sind gar nicht mehr dabei. Ritualistic ist auch fast nicht dabei, Masks ist aber dabei. Comic nicht wirklich und Marvel so ein bisschen. Das heißt, vieles davon ist eigentlich gar nicht so wichtig, weil das Mid Journey Language Model dem keine Priorität zuweist. Das heißt, das eigentliche Shorten Prompt ist das hier und damit können wir jetzt noch weiter spielen und das noch weiter verfeinern. Also, ich benutze das meistens nicht eins zu eins, weil damit nicht so die besten Ergebnisse, zumindest bei mir, rumkommen. Aber ich weiß dann, welche Prompt-Bereiche oder welche Teile von meinem Prompt für Mid Journey wirklich am besten sind. Damit kann ich jetzt theoretisch noch weiter rumspielen. Wobei ich ehrlich gesagt mit diesen Bildern hier komplett happy bin. Ich würde den Dude hier oben jetzt, glaube ich, nochmal rausrendern lassen und dann einmal noch weiter, also von weiter weg bauen lassen. Also, sprich, ein bisschen rauszoomen. So Faktor 2 oder sowas. Und ja, das wäre so die Art und Weise, wie ich damit umgehe. Wenn ihr andere Vorgehensweisen habt, dann schreibt mir die ganz gerne. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ich schneide das jetzt mal hier noch zusammen, dass ihr das auch noch seht. Und hier haben wir unser finales Ergebnis. Und ich muss sagen, ich bin ziemlich happy damit. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß damit. Und ja, wenn ihr irgendwelche Ideen oder sowas habt, dann immer gerne her damit. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.